Und weiter geht's. Jetzt müssen wir hier den ersten mal ein bisschen entkommen. Das ist eigentlich mein schönes Auto. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Ich glaube wir fahren mal da hin. Scheiße, das Auto ist nicht... Ah, die Reifen sind wieder ganz. Sehr gut. Und tschüss. Das ist natürlich eigentlich schon unrealistisch. Ich meine, es gibt schon schnelle Polizeiwagen sicher in den USA, aber dass jeder verkackte Zeitwagen schneller fährt er so ein super Sportwagen oder ein Sportwagen. Das ist ja schon ein bisschen... Ähm, ja, seltsam. Wenn ich das mal so sagen würde. Aber das ist auch in manchen Filmen so. Ich erinnere mich da an den... Äh, ja, wie hieß der denn? Scheiße. Wie ist dieser verkackte Film? Ich weiß nicht mehr, worum es da eigentlich ging. Ähm... Irgendein Virus? Zombies? Ja, der war ja auch ein bisschen abartig. Und dann am Ende, da haben die da übrigens so eine, äh, fette Maschine hier. Ich weiß nicht, ob es ein Bugatti war oder einen anderen. Ne, 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 das war ein, äh... Bentley Continental. Ja, und, äh... Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen... von der Straße hin. Boah, die sind natürlich überall auf der scheiß Straße. Überall. Überall. Gehen wir mal in die... Brutan-English. Wieder klappert hier. Ich weiß nicht, doch nicht. Junge. 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 Bauen wir mal ein bisschen an. Guck mal, Oma. Was ist denn das für eine Mühle? Ich kann nicht. Was ist denn das für eine Mühle? Man legt einfach nicht nach rechts. Wenn die Helikopter kommen würden oder Boote, wäre das auch nicht so gut. Ja, vielleicht haben wir ja genug. Scheiße. Schaut ja auch cool aus hier irgendwo. Mal gucken, vielleicht kann ich auch nicht durchfahren. Oh, das wird eng. Äh... Komm, vorwärts. Na ja, gut. Nicht. Ärgerlich. Jetzt müssen wir hier schwimmen. Hätte ja klappen können. Hätte ja sein können, dass hier ein flaches Wort sein ist. Was will ich da eigentlich? Ach ja, ja. C? Wollte ich eigentlich mal angucken. Dann könnte man sich natürlich auch überlegen, ob man schon mal hier oben ist. Oder dass hier diese Attentatsmission war. Irgendein Steinbruch, aber keine Ahnung. Ohne eine Kartenmarkierung tue ich mich erstmal nicht dämlich. Guckt mal hier, wie langsam der ist, wenn der im Wasser wartet. Toll. Naja, rennen wir halt ein bisschen, tun wir was für die Ausdauer. Denn die ist auch noch nicht ganz oben. Hm. Aber irgendwie muss ich hier auch wieder hochkommen. Ob da hinten auf den Inseln was ist? Hm. Da stehen schon mal Fahrräder. Naja, besser ist nichts. Kann ich hier so ein Bier trinken? Kann ich hier so ein Bier trinken? Ach, haben die kein Motorrad oder was? Wie steht die eigentlich hier runtergekommen? Und wo sind die alle? Und kann ich da hochfahren? Probieren wir es mal aus. Oh, da muss aber ganz schön... Da ist hier eigentlich eine Kettenschaltung. Sieht nicht so aus. Sieht so ein bisschen so aus. Zwar kein Zahnkranz, aber... Na komm. Hm. Streng dich mal an hier. Ja. Starker Mann. Hier ist der nur stark gemacht. Guck mal, hier gibt's auch Tiere. Hm. Kriegt mir das was? Kann ich das essen? Nee, kann ich drüber fahren? Ja, macht komische Geräusche. Aber wir töten jetzt hier keine Tiere so sinnlos. Ja. Ja. Doch, wir machen's. Macht man eigentlich nicht. Oh. Etwas hat überlebt. Aber jetzt... Haha. Ausdauer 60. Vorragend. Aber man muss halt einfach mal sich sportlich betätigen. Aber dieses Motorrad dort... Ja. Ja. Wollte dich ja nicht tun. Ja. 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 Na den einen Stern werden wir schon loswerden. Hat denn der Motorrad eigentlich ein Radio verbaut? Ja. 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 Das... Was ist das? Ein Elch? Ein Reh? Ja, jetzt ist es ja mal langsam gut hier. Ja, doch. Oh, da muss ich erst mal hier kurz weggehen. Hey, das war doch hier. Hast du irgendwas verpasst? Ja, verstehe ich jetzt nicht. Eigentlich war hier das 10 mit dem Fragezeichen. Oder ist es nur zu bestimmten Tageszeiten hier? Jetzt ist es wieder da. Kann mir jemand erklären, was mir das sagen soll. Oder auch nicht. Ach hier, das ist ja der Schütze. Ja klar. Cletus. Da bist du, Trevor. Oh, das ist mein Lieblingsmann. Wie geht's, Cletus? Schön und dandy, Sir. Sind Sie bereit, um etwas Elke zu holen? Ah, ich bin Satellite-Däsche. Ich bin Satellite-Däsche. Oh, hier geht's. Jetzt, put das in deine Hälfte. Ein schlechtes Tag zu holen, immer noch ein guter Tag zu arbeiten, wie mein Pa immer gesagt hat. Mhm. Nicht gut. Was ist das Ding in meine Hälfte? Und warum habe ich das Gefühl, dass ich nicht die erste Person, die es benutzen? Ich werde das erklären in einem Zeitpunkt. Wir beginnen mit den Basiken für heute. Elke-Sensoren sind sehr stark. Wenn sie dich sehen oder hören, dann sie spooken. Und sie werden aufbaut. Sie müssen ruhig und ruhig und ruhig und halten das aufbaut. Aber ein Elke-Sensoren ist das größte als Defense. Wenn du an den Elke-Sensoren hast, musst du immer auf die Wind-Däsche. Wenn du nicht aufbaut, sie werden sie nicht aufbaut, dann wird sie weggekommen, bevor du sagst, Das ist der Empa-Peach. Soll ich sie jetzt einfach erschießen? Ich seh ihn jetzt nicht mehr. Ich habe nichts anderes gesehen und nichts anderes aus hier. Aber wir müssen sehen, ob wir einen in die Öffnung können. Das ist, wo die Sache, die du aufhörst, kommt. Ah, ja, bitte, mich erinnere. Es riecht wie eine alte Person. Das ist ein Diaphram. Ja, ein Elk-Wistel, du und ich. Okay, gib es einen guten Blut. Mal sehen, ob wir einen nahe Elke bekommen, um sie zurückzuhören. Sollte, wie jemand einen klarenet-spieler. Und ich spreche von Erfahrung. Shhh, hör mal. Okay, hörst du das? Er ist da. Du bist in der Wind, also er ist dein zu verlieren, Trevor. Mach ihn. Wow, du zerfst deinen Kopf aus. Okay, folgst mir. Wir gehen ein bisschen weiter in. Bleib ruhig. Ich denke, wir haben eine Mietung-Pier am Ende. Mal schauen, es geht's. Remember, wenn es ein Pier ist, wir sind nur hier für die Male. Keine Dose. Das ist meine Regeln. Also, wenn du einen mit keinen Antlers hast, lass ihn sein. Blöde deinen Wiesel wieder. Mal sehen, ob du eine Bede auf ihn kannst. Scheiße. Okay, das ist gut. Gleich wie vorher. Schön und stabil. Das ist gut. Ja, ich sehe. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ich sehe. Ich sehe ihn doch noch nicht. Ach doch, daneben steht er. Es tut mir so leid. Sorry. Du kommst mir, sei. Du kommst mir, du bist. Ich sehe ihn doch nicht. Du kommst mir, du kommst mir, du kommst mir, du kommst mir. Du kommst mir, du kommst mir? Dann reden wir. Ich muss gehen. Ich gehe. Gut, luck. Ich habe dich auf dich. Das ist schon ganz schön fies, Tiere so zu verarschen. Wo ist der denn? Oh, da. Komm mal hoch mit der Rübe. Nein. Ja toll, nur weil ich einmal daneben geschossen hab. Du hast das jetzt, Trevor. Du bist auf deinem Weg für den nächsten Mal. Ich sage dir was, ich habe eine Idee, wie wir in das zusammenkommen können. Texte mir, pick your next tip, und wir sprechen business. Ah, ich muss gehen. Oh, good luck. Ich will holler at you in a while. Ich will ja auch. Was? Afreuter? Aber immerhin verbessert das auch mein Schleichen. So, jetzt ist ja aber Ende im Gelände. Deswegen ist ja nicht schlimm, wenn man es mal versaut. So ist das Leben. Da muss man die Vorteile draus ziehen. Schleichen ist schon geil. Yeah, ich fotografiere jetzt den Kadaver. Tolle Wurst. Mein kaputten Smartphone. Das war aber hübsch gemacht. So das Fell. Das muss ich mir aus der Nähe angucken. Ich habe den Foto. Ein schöner kill. Also, das ist das, was ich denke. All diese Demand für wild-raised meat mit dem City-Folks jetzt. Wenn wir divide und verbrechen, ich denke, wir können uns ein Tidy-Litte-Side-Line machen. Text mir eine Foto von deinem Quarren. Ich werde dir, was es wert ist. Und ich kann so auf die Jacke gehen. Ja, ich glaube. Ich habe die Kleine.